Hallo und herzlich Willkommen. Die Wörter in diesem Video sind zu dem Thema Die Kirche Und los geht's. Die Kirche Der Friedhof Das Pastorat Der Kirchturm Die Kirchturmuhr Die Kirchturmspitze Der Wetterhahn Die Glocke und der Glockenschlag Das Kirchendach Das Kirchenschiff Das Kirchenfenster Der Altar Der Altar Der Altar Der Altar Der Altar Das Altarbild, die Kanzel, die Orgel, der Organist, der Kronleuchter, die Kirchengemeinde, der Pastor oder der Priester, die Predigt, die Bibel, das Gesangsbuch, der Chor, der Gesang, singen, die Zehn Gebote, der Prophet, das Kreuz, Jesus, die Kreuzigung, das Taufbecken, die Taufe, das Abendmahl, der Küster, die Kollekte, die Kirchengemeinde, die Kirchengemeinde, die Kirchengemeinde, zuvor gerdet. Unserも ist Heil, und不会 r années, zurück dem Sioti, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Erreichbarkeit in dem Ewigkeit. Und unter den Segen Gottes. Gott segne dich und bündel dich. Gott lasse sein, dass er sich leuchtet über dir und sei erklärlich. Gott erhebe, dass alle sich auf dich und gebe dir fühlen. Der Segen. Die Freskenmalerei. Und unter den Segen Gottes. Gott segne dich und bündel dich. Gott lasse sein, dass er sich leuchtet über dir und sei erklärlich. Gott erhebe, dass alle sich auf dich und gebe dir fühlen. Der Segen. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.